Wie gemein, wenn Eltern nörgeln, näh, näh, samm ich krieg ab ins Bett. Es ist gemein, nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Pust, dann sing näh, 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 näh. Na, 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 na. Und wenn du noch einmal, nur noch einmal Würmer in meine Schultasche steckst? Tut mir leid, Laura, werde ich nicht. Versprochen. Das nächste Mal nehme ich Nacktschnecken. Ich krieg die schon, Henry! Und wenn ihr alle Zutaten verrührt habt, füllt ihr den Teig in diese hübschen kleinen Backformen. Und die schiebt Mama dann in den Ofen, damit wir uns nicht die Finger verbrennen. Ganz genau, Peter. Ist bei Freunden übernachten nicht lustig? Ja, und wie? Da kann man so schöne Sachen machen. Oh, Henry! Hoppla. Wir backen Feentörtchen, Henry. Und wir dekorieren sie mit lustigen Feen. Und mit Häschen. Und alle dürfen bei mir übernachten. Die dürfen übernachten? Du machst eine Übernachtungsparty? Wieso? Mama! Nein, Henry, du lädst keinen zum Übernachten ein. Und wenn du mal kurz darüber nachdenkst, dann weißt du schon, warum. Jetzt reicht es, Henry! Oh, bitte, Mama. Nur ein Freund, ja, Mama? Ich hab Nein gesagt, Henry. Das ist gemein! Mach das bitte leiser, Henry. Peter und seine Freunde mögen diese Musik nicht. Na und? Und ich mag sie nicht. Ach, sei nicht so gemein, Henry. Peter und seine Freunde. Was wissen die schon von Übernachtungspartys? Äh, was macht ihr da eigentlich? Wir haben die Zähne geputzt und uns hinter den Ohren gewaschen. Und jetzt gehen wir ins Bett. Ins Bett? Ha! Aber es ist erst halb sieben. Wollt ihr vorher nicht irgendwas Lustiges machen? Doch, klar. Wir kontrollieren noch unsere Betten. Um sicher zu gehen, dass unsere Betten hübsch ordentlich sind. Gut gemacht, Freunde. Singen wir noch ein Lied, bevor wir das Licht ausmachen? Ui, ui, dürfen wir? Ja, das wäre toll. Was machen wir? Ja, das machen wir eigentlich schön. Frere Jacque, Frere Jacque, Dorme, ui, dorme, ui. Hey! Oh! Oh! So, schon viel besser. Was hast du getan, Henry? Erste Regel, wenn Freunde bei dir übernachten, eine Höhle bauen. Eine Höhle? Ja, ganz genau. Und dann setzt ihr euch rein und könnt in den Weltraum fliegen. Oh, ehrlich? Hör nicht auf ihn, Ludwig. Er will uns nur den Spaß verderben. Hey, du undankbarer Zwerg. Ich will euch doch bloß zeigen, wie man richtig Spaß haben kann. Also, wer ist bereit für eine Reise zum entferntesten Winkel des äußeren spongolischen Gürtels? Ich! Oh! Glaub ich. Bereit machen zum Start, Wing Commander Ludwig. Drei, zwei, eins, Zündung! Also, wo waren wir? Sonne, Limmatine, Sonne, Limmatine, Ding, Deng, Dong, Ding, Deng, Dong, Frere, Jacke, Frere, Jacke. Volle Kraft voraus, Wing Commander! Hui! Äh, aber wir fliegen doch nicht schneller, als erlaubt ist, oder, Henry? Oh! Das war echt, echt, echt super! Danke, Henry! Null Probleme, Wing Commander Ludwig! Und was machen wir als nächstes? Ich weiß was! Wir können geprasste Blumen einordnen! Oder wir erzählen uns Gruselgeschichten! In der Höhle? Klar! Äh, äh, darf ich auch mit rein? Na klar, je mehr, desto lustiger! Und diesen Samstag finden die Landesleichtathletikmeisterschaften statt! Oh! Hörst du das? Oh, die Jungs haben sicher nur ein bisschen Spaß! Ich seh mal nach, ob alles in Ordnung ist! Peter? Ist bei euch da drin alles in Ordnung? Äh, ja, Mama, wir erzählen uns Gespenstergeschichten! Oh, das ist sicher spannend! Gute Nacht und schlaft schön! Das war echt gruselig! Ja, erzählst du uns noch so eine? Wie wär's jetzt mit einer schönen Feengeschichte? Ahem! Es war einmal eine kleine rosa Feen mit dem Namen Prinzessin Funkelflügel und... Gut, Zeit für ein Mitternachtsmal! Ein Mitternachtsmal? Eine Übernachtungsparty ist doch nur lustig mit einem Mitternachtsmal! Oh ja, ein Mitternachtsmal! Na los, kommt! Aber... Wir können doch nicht... Ich meine... Oh! Komm schon, Peter! Psst! Hast du gerade auch was gehört? Nein? Na ja, ich schon! Das ist mir viel zu aufregend! Henry, Papa kommt! Schnell, versteckt euch! Oh, Mieze! Puh, das war ganz schön knapp! Ja, und wie! Danke, Mieze! Henry! Wir sind richtig unartig! Hihi, au! Gut, mal sehen, was wir alles haben! Hoppla! Ist nicht so schlimm! Die Feentörtchen sind nicht im Kühlschrank, Henry! Ja, ich weiß! Aber hier sind jede Menge andere Sachen! Aber Henry, wir haben schon die Zähne geputzt! Peter, wir... Ich meine, du machst eine Übernachtungsparty! Ja! Ich mache eine Übernachtungsparty! Juhu! Seht mal! Hier sind die Feentörtchen! Jetzt fehlt nur noch eins! Haha, Mamas Geheimversteck! Ich wusste das, Schokolade! Das brauchen wir auch für ein super Mitternachtsmahl! Aber Henry, was ist mit der ganzen Unordnung? Ach, das räumen wir später auf! Los, kommt mit! Ich wusste, dass du kapierst, wie sowas läuft, Peter! Als nächstes, Trampolinspringen auf dem Bett! Hm, das klingt ja als... Nein, das kann nicht sein! Peter und seine Freunde würden nicht auf dem Bett rumspringen, oder? Natürlich nicht! Aber ich gehe mal rauf und sehe nach! Peter, ist alles in Ordnung bei euch? Äh... Ja, Mama! Dann ist ja gut! Also dann schlaft schön, ihr braven Jungs! Ja, Mama! Und was machen wir als nächstes, Henry? Das große Finale! Hm? Hihihi! Haha! Oh, oh, oh! Ich bin ein Dorn! Hempelst du schon, Herr Schirr! Du brichst mal Goldene! Mach Platz für den fiesesten Piraten im ganzen Land! Plumps oder Festhalten! Ja! Hoppla! Oh, weh! Henry! Henry! Peter! Hoppla! Und was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Vielen, vielen Dank, dass wir hier übernachten dürfen! Gut! Jetzt reicht's! Ich ruf eure Eltern an, damit sie euch auf der Stelle abholen! Und hier übernachtet mir keiner mehr! Bei keinem von euch! Nie wieder! Nein! Nein! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na